Hi Thomas, ich habe zwei Bausparer zu je 20.000 voll, einer davon mit noch 0,1. Wie soll ich das am besten anlegen? 70,30 oder macht das als Einsteiger in der Höhe Sinn? Kein Sinn vielleicht. Ja, die Verzinsung ist eigentlich egal, also 0,1% Verzinsung. Ich gehe mal davon aus, Guthabensverzinsung, das ist jetzt nicht so wild. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist eigentlich eher risikofrei, risikobehafteter Teil, also die Level 1 Asset Allocation. Wie viel willst du am Kapitalmarkt investieren und wie viel willst du sicher haben? Den sicheren Teil kannst du auf den Bausparer lassen und den Rest würde ich am Kapitalmarkt investieren. Und ab 70,30 oder nicht 70,30, das ist natürlich dir überlassen. Es gibt ja zig andere Portfolios, die wir besprochen, also die wir gezeigt haben. Da gibt es ja jede Menge Videos, muss man für ein finanzielles Portfolio eingeben und dann findest du ganz viele Sachen. Hey Thomas, ich gehe aktuell in eine höhere Schule mit Zweig IT. Dieses Thema und auch Finanzen ist mein großes Interesse. Gibt es da eine kombinierte Berufsrichtung? Ja, also sicherlich. Erstens mal die ganzen Fintechs, in denen kann man arbeiten als Entwickler dann. Ansonsten Trading Desks suchen immer Entwickler, alle Banken haben Entwickler. Also ich denke, da gibt es schon gute Kombinationsmöglichkeiten. Findest du es sinnvoll, die Sparsomne zweimal im Monat durchführen zu lassen oder einmal die gesamte am Anfang des Monats? Ich würde es dann machen, wenn es da ist. Also dann, wenn die Kohle da ist, würde ich es investieren. Was ist die maximale vertretbare monatliche Sparrate? Da ist es sich recht schwer gestaltet, diese Menge in kleinen Raten auf den Markt zu bringen. Also bei ETFs gibt es eigentlich keine. Ich glaube, du kannst gar nicht so groß investieren, dass es irgendwie den Markt bewegt. Und ich würde da, wenn dann immer mit Limits arbeiten. Aber keine Ahnung, da musst du schon sehr, sehr viel bewegen. Also 100.000 Euro Sparrate, denke ich, ist kein Problem am Aktienmarkt, wenn es liquide ETFs sind. Also nicht irgendwelche Spezialdinge. Gibt es schon einen Vergleich, Performance zwischen 70, 30 und 100% Fuzzi All World. Ich könnte mir vorstellen, dass der All World sehr wahrscheinlich besser abgeschnitten hat, weil er einen geringeren Emerging Market Anteil hat. Und der hat ja in der letzten Zeit nicht so performt. Meine Mutter hat momentan nur eine Riester-Rente und hat voraussichtlich noch circa 10 bis 15 Jahre bis zur Rente. Lohnt es sich, den Riester zu kündigen und stattdessen in ETFs zu investieren? Also das ist eine gute Frage, die ich leider nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten kann. Es kommt ziemlich darauf an, also erstens mal, wie viel Geld, also wie viel Förderung hat sie da drin? Weil erstens mal, also wenn, dann würde ich beitragsfrei stellen. Also nicht einfach kündigen, weil dann verlierst du die Förderungen. Kann sich aber natürlich auch lohnen. Dann ist die Frage, wie viel Kosten hat sie schon bezahlt? Also ich würde gucken, ob der Riester-Vertrag ab jetzt rentabel ist, auch wenn das bisher nicht war. Aber ab jetzt ist er da rentabel. Wie viel kostet der ganze Spaß? Sind die Kosten schon abbezahlt? Wie lange läuft der Riester-Vertrag schon? Und dann würde ich gucken, musst du einfach mal durchrechnen. Das ist, da kann man jetzt nicht pauschal Ja oder Nein sagen. Riester hat den Nachteil, dass es ziemlich teuer ist. Wenn es aber deine Mutter ist, bedeutet das, dass sie ein Kind hat mindestens. Das heißt, sie hat Riester-Zulage für ein Kind bekommen plus sich. Da kann es sich wiederum lohnen, je nachdem, welche Einkommenshöhe und so weiter. Also ich wäre da, ja würde ich jetzt nicht pauschal, aber wenn sie eher in ETFs investieren möchte, wenn das eher ihr Ding ist, dann kann sie den Riester eher beitragsfrei stellen, also nicht mehr weiter einbezahlen. Dann verfallen aber die Förderungen rückwirkend nicht. Also dann, da musst du die Förderung nicht mehr zurückbezahlen. Das ist halt der große, der große Vorteil. Riester und Rendite passt einfach nicht zusammen, trotz Förderung. Ja, in manchen Fällen schon, aber das Problem ist die Kapitalgarantie und die hohen Kosten. Heißt du wirklich Thomas von Finanzlos? Nein, heiße ich nicht. Ich heiße Thomas Kehl. Das von Finanzlos ist eher so der Running Gag, der entstanden ist. Meinung zu BISC? Oh, da ist ein Feinschmecker. Ja, finde ich gut. Aber wobei gut, ich meine, ich habe selbst auch mal BISC genutzt. BISC, für alle, die es nicht wissen, man kann dort quasi anonym Bitcoin kaufen. Ist eine sehr komplexe Software. Es ist ein dezentralisierter Marktplatz, wo ihr, wie gesagt, Bitcoin kaufen könnt über Tor-Netzwerk. Also komplett anonym. Die einzige Person, die euch quasi kennt, ist die, mit der ihr quasi eine Transaktion macht. Ich finde BISC mega komplex und was mich an BISC nervt, ist, dass es super teuer ist. Also ihr zahlt gigantische Spreads jedes Mal und dass die Stücklung sehr klein ist. Also ihr könnt dort nur in sehr kleinen Mengen Bitcoin kaufen. Also wenn jemand wirklich ein bisschen größeren Betrag investieren will, muss er super viel Zeit auf BISC verbringen, um die günstigen Angebote zu bekommen oder einfach seinen Tag damit verbringen. Also wie gesagt, super viel Zeit damit verbringen, die günstigen Angebote abzufischen oder halt einen riesen Spread bezahlen. Also du bist ja da mindestens immer 5% Aufschlag auf dem Bitcoin. Das heißt, du zahlst 5% drauf und daher ist BISC halt ein bisschen nervig. Genau, also was das Thema Walletverbot angeht, muss ich mich ehrlich gesagt erst mal noch ein bisschen reinlesen. Außerdem ist das schon so eine Sache, die schon seit längerem im Raum steht, immer wieder diskutiert wurde an verschiedenen Ecken der Welt. In Deutschland besteht es, meines Wissens nach besteht es sowieso schon. Also wenn du beispielsweise von einer deutschen Kryptobörse, BSDX oder Bison, deine Kryptos abziehen willst auf eine eigene Wallet, dann musst du bestätigen, dass das deine Wallet ist, dass du nicht eine Drittpartei. Das kann natürlich, das verifiziert natürlich niemand. Also du könntest rein theoretisch auch auf die Wallet von einem Freund schicken, aber du bestätigst, dass es deine ist. Also du darfst halt nicht irgendwie anonym verschicken. Aber da werde ich nochmal mit jemandem drüber sprechen und zwar mit Professor Sandner. Und mit dem werde ich genau über diese regulatorischen Sachen sprechen, der steckt da sehr, sehr tief drin. Genau, da machen wir keine halben Sachen, sondern machen das richtig. Meinung zu Sauerstoff, ja nützlich zum Atmen. Ja genau, Elon Musk hat fast 10% von Twitter gekauft, also 9,2% glaube ich und ist damit größter Aktionär von Twitter. Aber meine Meinung dazu finde ich krass beeindruckend. Also Elon Musk ist wirklich so der Typ, der am meisten, also der immer wieder einen raushaut, mit dem man null gerechnet hat. Das ist schon sehr verrückt. Genau, er hat eine Umfrage gemacht, ob man auf Twitter den Edit-Button haben möchte wieder. Und das ist halt schon ziemlich verrückt, dass er sich quasi auf die Plattform, also dass er einfach sein Geld nimmt, um ja quasi die Plattform zu gestalten. Das ist halt schon sehr, sehr verrückt. Ich meine, der Kurs ist ja da direkt 25% in die Höhe geschneit. Das ist einfach verrückt. Egal, was Elon Musk anfasst, egal, ob es über Tesla twittert, das darf er jetzt nicht mehr. Oder Dogecoin oder Bitcoin oder Twitter-Aktien, das Ding geht durch die Decke. Oder er sagt, use Signal, also Signal, diese App, also diese Messaging-App, die ich ja auch benutze. Das Ding geht durch die Decke, also die falsche Signal-Aktie geht durch die Decke. Oder als er gesagt, als er auf Clubhouse gekommen ist, um auf Clubhouse einen Talk zu machen, haben alle Leute in das falsche Clubhouse investiert. Also irgendeine Firma, die in Hongkong oder so gelistet ist und Clubhouse heißt, aber nicht das Clubhouse war, was diese Audio-Besprechungsräume gemacht hat. Und auch diese Aktie ist völlig durch Deckung. Also egal, was Elon Musk, ich glaube, der könnte in irgendeinen Mist investieren, gut, beste Beispiel Dogecoin, ja. Ich habe übrigens immer noch meine 420,69 Dogecoin, aber in irgendeinen Mist investieren und es geht durch die Decke, das ist schon verrückt, ja. So einen riesen Einfluss, ne. Weißt du, weißt du mal, was er dafür bezahlt hat, also für die 9,2% von Twitter? Elon Musk hat 3 Milliarden bezahlt, 3 Milliarden US-Dollar, also 2,9 für die 10%. Ja, okay, gut, also für ihn Taschengeld, ne. Also wir sehen hier, Elon Musk, 288 Milliarden US-Dollar, ja. Aber der Abstand zu Jeff Bezos ist auch schon ziemlich groß, ja, das sind ja fast 100 Milliarden Unterschied, das ist schon verrückt, ja. Also ja, 1% seines Vermögens hat er ausgegeben, um 10% von Twitter zu kaufen, also, ja, würde man sagen, er hat sich damit nicht ruiniert, ja, hat sich ein kleines neues Spielbaby besorgt. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen, wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.